Hi, mein Name ist Ingo. Ich studiere an der HTW Sozialwissenschaften und ich nehme euch mit auf den Rundgang heute. Hinter mir befindet sich Gebäude 10 und Gebäude 11 gehört auch noch dazu. Was die HTW übrigens auszeichnet, ist unser wunderschönes Eltern-Kind-Zimmer. Da können die Eltern und Kinder ungestört Zeit miteinander verbringen. Hinter uns befindet sich aber unsere Bibliothek. Da haben wir neben Büchern, Fachzeitschriften auch E-Books. Und da nehme ich euch einfach mal mit rein. Da hinten sehe ich Frau Prof. Dr. Förster. Wie wird euch jetzt allen was über die Fakultät für Sozialwissenschaften erzählen? Hallo, die Fakultät bietet ein anspruchsvolles und anwendungsorientiertes Studienprogramm in den Bereichen Sozial-, Bildungs- und Gesundheitswesen an. Gerade die letzten Jahre im Rahmen der Corona-Pandemie haben die Herausforderungen deutlich herausgestellt, warum wir Sozialwissenschaften so dringend brauchen. Zuerst studieren Sie bei uns in den ersten Semester intensiv Theorien. Diese Theorien werden dann aber ab dem dritten und vierten Semester intensiv in die Praxis transferiert. Wir haben beispielsweise in der sozialen Arbeit und der Pädagogik der Kindheit ein ganzes Praxissemester. Und beispielsweise für den anwendungsbezogenen Studiengang Hebammenwissenschaft ist ein Ausbildungsvertrag notwendig. Zusätzlich finden dort Praxisphasen in einem hochtechnisierten Skills Lab statt. In den Bachelorstudiengängen Pflegeexpertise und Praxisanleitung sowie im Management- und Berufs-